Mal gucken, was er heute an geilen Filmen hat. Boah, geile Blu-Ray hier. Ist ja geil. In 4K. Ist ja krass. Der tatsächlich in 4K-Brenner hier. Ist ja cool, ey. Wow, geil. Und sogar 6 Stunden auf 4K aufgenommen. Ist das krass, ey. Mal gucken, wie der Film ist. Wann ist das jetzt hier mit dem Scheiß? Was machst du hier, du Vogel? Wo ist die Hölle hier? Du Dämmelkunde, du. Wo in die Hölle hast, wenn ich den Vater hab hier? Na geht doch. Ich glaub, ich spinne hier, oder? Du Vollpfosten. Wie bescheuert bist du, als ich hier das letzte Apfel. Und so ne Scheiß, die Schützgatte lassen. Du Vollpfosten. Ich will Horror haben. Wenn ich die mit Blutsprisserei und was anderes hier. Was die Actionfilme. Was hast du hier gemacht, Mann? Scheiß hier. Guckst du mir so wie durch an. Und mein Arm ist mir hier. Ich spitzel's hier. Gib mir eine Antwort. Ich glaube, ich spinne hier. Ich dring dich ab. Kannst du glauben. Und ist mein Messerschmuck weg jetzt, mein Herz nicht zu fehlen. Dann knall ich, ey. Vorstand. Ich rast die Haut, ey. Kann doch nicht sein. Die Scheiß hier. Ich bin jetzt alles mal durchgeblieben. Die E-Teele ran hier. Hast du verstanden hier? Du Vollung. So ein Prastik aus. Ich kann doch jetzt anders hier. Die Scheiße. Guck mal. Ich habe hier, Gelle. Dreh ich ab. Dreh ab. Dreh ab. Dreh ab, Herr. Dreh ab. Meine Mittelplatte. Jetzt ist meine Mittelplatte nicht da. Dreh ab. Ich denk ab. Gleich ist sie soweit. Dreh ab. Dreh ab. Ach ja, ich schreibe! Schmerzen! Keine Metter, bleib ruhig! Ich drehe ab. Ich drehe ab. Jetzt glaube ich, ich drehe ab. Ich brauche jetzt mal eine Mocke! Ich drehe ab. In der anderen Seite! Willst du auch einen Krieger coin? Ich drehe ab. Ach nein! Ach! 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 Alexander! I am the Lord! Heey, heey, heey! So here I go! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020